Willkommen zurück zu einer neuen Folge Super Mario World. Wir befinden uns in der Waldwelt. Wir sind mittlerweile bei dieser kleinen Burg angelangt. Schauen wir mal was uns erwartet. Wir sind gut ausgestattet mit zwei Federn. Hier könnten wir stehen bleiben. Hier können wir stehen bleiben. Hier ist Konzentration erforderlich. Diese Zahnräder können wir mit einem Drehschwung drauf. Okay, wo geht's lang? Okay. Okay. Ich kann gerade nicht so viel sprechen. Hier ist echt Konzentration erforderlich. Vielleicht kommt was runter. Ja. Gerade kommt keiner. Da können wir auf die Feder warten. Hier geht's lang. Der Start war super. Okay. 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 Da haben wir auch wirklich alles ausgereizt. Das ist nochmal ein Zugang zu einer Sternenwelt. Das dauert noch, bis wir die machen. Wie ihr das von mir kennt, fülle ich mich hier eben auf. Das ist der falsche Weg. Das letzte Level im Wald. Wer hätte es erwartet, auch mit zwei Ausgängen. Hm. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Okay, Letters Secret, ich hab mir schon Sorgen gemacht, ich war mir nicht mehr sicher, wo das war Ein Ausgang fehlt uns noch, und zwar hier der normale Ausgang Ich hab hier einfach wenig Platz zum Fliegen Den Pilz nehm ich trotzdem mit No Okay Damit hätten wir alle Ausgänge in der Waldwelt Wir haben nur noch die Burg vor uns Royce Castle Okay, es ist diese Burg Die Blöcke bewegen sich Da können wir auch selber nichts beeinflussen Dass es irgendwie schneller geht Einfach nur abwarten, wohin uns die Blöcke führen Und natürlich allen Gegern ausweichen, die da kommen Auf geht's in den zweiten Bereich Mit Stacheln, oben und unten Unten fallen den Stacheln Hmm Hm. Okay. Ja, jetzt als kleiner Mario. Gegen, gegen Roy. Okay, die Mauern kommen auf uns zu. Geschafft. Das war ein hartes Stück Arbeit. Welche Animation erwartet uns jetzt? Nichts? Dish eine neue welt öffnet sich uns chocolate island wir haben neue gegner ein neuer versuch immerhin reingekommen mhm Hm. 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 Ein Geisterhaus. Yoshi bleibt draußen. Was erwartet uns hier? Ein bewegter Boden. Ich glaube, der kommt nicht näher. Da können wir hier ruhig warten. Jetzt müssen wir durch. Okay. Ein Bereich weiter. Ich glaube, ich muss die drei hier mitnehmen. Kommt mal mit. Damit ich zur Tür da oben hinkomme. Weiß noch nicht. Ich schaffte. Ein rot unterlegtes Level. Das heißt, wir haben wieder zwei Ausgänge. Haben wir eine nützliche Info hier. Okay. In Abhängigkeit von den gesammelten Münzen und der verbleibenden Zeit ändern sich hier die Ausgänge. Ich weiß auch nicht mehr, was bei welcher verbleibenden Zeit passiert oder bei den gesammelten Münzen. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ja! Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich bin mal gespannt, was jetzt passiert. Ich weiß das echt nicht. Es geht ein Level weiter, ok, dann probieren wir hier mal ein bisschen mehr Zeit, vergeuden wir etwas mehr Zeit, um bei dem anderen Ausgang rauszukommen. Bis zum nächsten Mal. Okay, dieser Ausgang scheint anders zu sein. Mit einigen schönen Überraschungen, wie ich finde. Okay, aber der Ausgang ist wieder der gleiche. Das hat uns nichts gebracht. Das heißt, wir müssen wieder etwas anders spielen und noch mehr Zeit verbrauchen. Ich muss hier ein wenig langweilig spielen. Damit wir den anderen Ausgang finden. Hm? Ja, ich muss hier nicht. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Wir sehen uns beim nächsten Mal, viel Spaß, bis dahin, ciao!